Wir sind eine neue Art von Netzwerk, Voraussetzungen, Klickzahlen, Abonnenten oder eine größere Welt, eine größere Familie zusammen. Wir haben fast 2,000 Partner, das ist toll, das ist großartig, das ist großartig. Und wir haben zwei, zwei, mehr als 50, ein Tag. Und wir wollen alle zusammenarbeiten, das ist die NETV-Familie und alle werden mit uns growl. All right, guys, das Video ist von XSplit. Wenn du willst, wie ich mache Videos wie ich mache, ich mache Videos, get XSplit, der Link ist in der Description below. Und wenn du willst, wie ich euch zeigen möchte, wie ich XSplit benutze, dann sagst du mir in den Kommentaren. Und ich mache mir mein Bestes, um Videos zu zeigen, wie ich XSplit benutze, um diese Art von Videos zu machen. All right, guys, till next time. Mein Name ist George, CEO von NETV, und wir sehen uns im nächsten Video. Take care, zaijian. Hi, Giro hier, und NETV hat jetzt einige Änderungen auf der Homepage bekommen, und zwar haben wir jetzt einen deutschen Bereich. Den könnt ihr jetzt anklicken, oben einfach in der Menüleiste die Flagge auswählen. Wenn ihr da mit der Maus durchgeht, dann kommt ein Symbol mit einer Flagge, mit der deutschen Flagge, und dann kommt ihr auf die deutsche Seite, wo auch alles jetzt sehr, sehr genau erklärt steht, wie alles funktioniert, wie das...